Scheiße! Wir sind zu spät! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Der Mann schlug die andere Tracer. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen, ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Glückwunsch, Connor. Du hast sie erwischt.